Hickel-Call-In-System? Ja, also mit B kann ich Waffe, äh, Fahrzeuge irgendwie rufen Und mit T, T ist ziemlich geil, kann ich immer deine Waffe verändern Hä, warum bist du dort? Ich bin noch nie gespawnt So, wie lebe ich denn du? Oh, du Chascadi, die Bläu Das ist geil, man kann einfach bleiben, die Bläu Was ist denn, ich bin dort? Hä? Was ist passiert? Ja, hä? Hä? Bist du das... Ranger? So, Bernhard, ich hol dir hier Ranger, aufwacht Bernhard, du landleier Auto So scheiße, was ist denn das? Ach so, das ist so glücklich Was ist denn der Ende, was? Ja, ich kann... Ich hab noch das Auto Hä? Alter, ich kann T und dann kann man sich direkt immer Sachen drauf machen, wo man will Ja, ja... Das ist ziemlich geil, ja Ja, und was ist das da jetzt? Da kann der einfach mir noch Ja, na... Ich kann gerade der Auto rufen, ich weiß nicht warum Ich auch nicht, weil ich den Hund gerufen hab Ja, ob ich da hinten drüber blicken Ja, aber ich spiele mit Playstation Boys Ja, Playstation Boys Ja, Playstation Boys Das, wo, wo renne ich nur auf die? Pfff... Na, was rum das? Da, wo renne ich nur? Da, wo renne ich nur? Irgendwie kann man auch markieren, oder? Ich glaube nicht cool Hier ist das Abstand Und, Th tododododo Es ist nicht so glücklich Ach ja, das ist nie ein Auto, das ist jetzt человеч Da schieb doch Sondern der Öون Rechts, 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 rechts! Scheiße, wäre ich nicht mehr medisch, dann könnte man nicht mehr leben. So kann man... So, aber er kann ja eh bei uns spawnen. Ja, aber mit Q kann man schon mal nett merkiere. Aber ist egal, das Ding hat eben gut, würde ich sagen. Oh, da sind sie! Au, au, au! Oh, da rechts ging der da markiert, wie Sau! Oh ne, Muni! Ich will Muni mehr, also bräuchte ich mal Muni mehr. Oh! 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 Ah, was für eine robDI? Was ist denn du? Keine Ahnung Kannst du Muni schmeißen? Kann ich denn ab Muni schmeißen? Ja, ich hab das Garten aber Ich hab so Anti-Air-Rakete Was? Ja, bist du auch Ingenieur? Ach ne, du hast so ein Sniper-Symbol oder was? Ich muss mit dem Rakete einfach hinrennen bis ich tot bin, dass ich Muni hab Oh Oh Das dauert 20 Sekunden Ne, du kannst den Leertast gedrückt halten Kann ich noch 30 Sekunden Leihbleiben und hoffen, dass ich einer belebt habe Wohin? Hyper-Package Ah ja, ok Er hat Brox-Sensor Er hat Ammo-Grade Also Ja, genau Ich hab eigentlich Bist du auch tot? Scheiße Jaja Ah, ich deploye bei dem Ok Eigentlich hab ich Stände genug, wo er Crappling-Hook hat aber ich weiß gar nicht wie ich daneben sitze A3 Man weiß doch nicht, wenn er mit dem Crappling-Hook Wie markiert man jetzt? Pink, ich kann mit Coop hingehen Aber, oh, da sind sie! Benner da, links von uns Benner ist tot Oh, da sind noch... Oh, da sind noch viel, viel mehr Oh, da sind noch... Oh, da sind noch viel, viel mehr Oh Der ist auf dem Stell bei dir Oh, Alter, da sind doch... 3, 4, 5 Stück, was sind da noch? Don't let me die over here Oof Grenade, going out! Ah, das bin bei dem Monarch spawned Oh Ne... Wir haben ja... Geschleuder, damit es der Riefen hin und den Platz zieht Ok... Kann ich dich... kann ich euch belägen? Ja Ja, eh... Oh, da bist du... Ich hab' geschossen mit dem Kameras schießen Mit dem? Wer ist der? Perde! 리hrer Perde! Forrunde entstehen Meter ranger, ich kann mich auf dem Knudler Block honour Ich weiß nicht, ich weiß nicht! Sie haben Sektor Delta. Reloading, cover me! Sie haben Sektor Delta. Sie haben Sektor Delta. Sie haben Sektor Fokstrott. Sie haben Sektor Delta. 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 Ach, das ist der Heli. Alter. Was ist der Heli? Das ist der Heli, ja. Ja, ich reine. Dann trägt er irgendein Knob. Alter, der hasst mich. Ja, trägt er irgendein Knob und flieht weg. Bei Battlefield 3 war das so. Aber das ist aufgeregt, das war fast wie Schiite. Wenn die halt richtig gut fliehen können. Also, du kriegst den da drunter. Egal wie, mir war nicht. Sehr gut. Ich finde magier. Ähm, so steht einer, da ist so ein Psycho. Äh, hallo? Was ist denn jetzt? Hallo? Zug zu. Na, was ist denn jetzt? Äh, einfach ein Menü oder was? Jo, hallo? Hahaha. Klasse. Ich habe heute auch schon irgendein Nvidia-Error gehört. Wo irgendwas von DirectX gestandert. Ja, also. Und jetzt nochmal in die. Da steht. Slap Guns, oder? Er hat eigentlich das Repo noch, oder? Pinken. Ist doch der Sinn, oder? Ich habe ein Teil davon gestanden. Ich hätte was gepinkt, aber ich sehe das nicht. Ja, oh, super. Successfully cloned Repo Bernards Auto. Auto mit D. Dark. Sehr gut. Jetzt, äh, options. Wo ist denn das? Bei Control? Bei Soldier? Ganz, ja. Bei Soldier, dann ziemlich weit unten Pinken. Aber das ist es ja dann. Soldier? Hier Key Bindings. Ah, du, ganz rechts. Da steht sogar dabei, wenn du das machst, Pink Location. Das war schon immer auf Q, also. Warum ist es so weit ohne Ping? Ich verstehe ja nicht, warum ich die Autos rufen kann. Nein, weil du jetzt mit einem Hund gerufen hast. Ja, das geht aber trotzdem nicht. Ich denke, ich habe ein Auto gerufen, oder? Ja, das denke ich schon nur. Direkt rufen, dann geht es zu. Hm? Vielleicht weil zu viel schon eine Autos rufen. Ja, da steht irgendwas mit 12 und 6, oder? Und vor allem... Beim Panzer steht... Hallo? Jetzt geht B gar nicht mehr. Das ist ein paar Kilometer zu laufen. Das ist ein Schilder. Fuck! 3. 10. Gute auf! 4. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. Was ich selber habe, nur eins nicht Manchmal kommt der Sturm, dann eskaliert es der Tal und du blickst nicht mehr durch Ich gebe da nur ein mit Alter, das ist ein Elektroauto Das ist ein bisschen Tesla-artig mit dem Display Ja, ne, wo ich hier fahre, fahre ich nie Alter, du fliete Helium, scheiße Da sind wir da Boah, das ist unser Boah Wir sind nämlich da, wenn du dort aufzug ruf gehst, bist du sofort tot Nein, nein, da sind wir sofort tot, weil man es nicht hert, da bist du hin Ja, wenn du dort hingehst, bist du sofort tot Nein, nein Nicht, wenn du dort aufzug Wir sind auf dieser Ellison ab So, dort, der Aufzug Oh, scheiße, ich habe drauf gedrückt War ich nur von, ich habe gesagt, man ist sofort tot Nein, da passiert nichts Boah, ich fahre wieder runter, oder was? Hä? Die Dierer ist nicht hier, sind wir da nur noch so? Wie sonst so? Und warum? Und ich bin nur noch mit der ist zu Und ich bin offen Der hat auf die Aufzucht hier Ja, jetzt saß das eigentlich so Zu dritt, ah, ja komm Naja, das hat eine Battlefield 3 Map gehabt Wie die Da war auch so ein riesen Hochhaus Und du kannst nur mit dem Heli an den Aufzug Und, ja Das gehört zum guten Ton, dass du immer die ganze Zeit auf der Aufzug glotzt Ähm Wir fahren bei Dienz, wir sagen Oh, da, da flieh der Heli Ja, wow Warte Wie kann ich Heli fliehen? Das ist gut hier vor auch Bin ich noch dort? Ja Seht ich nicht, kann ich nicht bleiben Also ich bin dort, halt Bin nur wieder da Ja Ja, aber man kann da An der Seite hoch, da bin ich in der Süftan Aber Ich hab so Hochphase Ja Wie oft hast du das Spiel schon gespielt? Drei Stunden Drei Stunden? Oder macht es aber, hat es mir Spaß? Geht Oh, ich komm nicht mehr zu dir, weil mich schon wieder ein Heli abschissen Oh, du landest ja nicht Ich hab da noch ein Heli abgefissen Wo ist er noch? Liegst du da hinten? Oh, du landest ja Oh, du landest ja Scheiße Der Zeitmiss Alter, da oben Ich guck der Heli direkt an Hier auf Ich weiß nicht Oh, das ist noch hier Oh, was ist der Heli? Oh, was ist der Heli? Hä? Heli? Oh, du hast ein Turret Oh, nein, du hast ein Turret Hehehehe Ja Only a few sectors left Before the Russians have it all Ja, da zappelt irgendwer Scheiße Wo ist denn das sein? Das war auch so an der Wand Weil sie immer in der Unrestieren und Absniper wollen und merken sie es meist Hallo? Was? Wieso bin ich denn? Oah! Und hat die Laich runtergefahren Echt? Ich belebte dich Der hat mich gelatzt Die Laich hat mich gelatzt Hast du gesagt, du belebst mich? Ja, ich belebe dich Wo ist er noch? Oder ich... oder die Waffe einländer und das hat die gleich getauscht Ich belebe dich nicht Ich war schon längst, ja ich kann mich eh schon längst bleiben, aber auf dir drauf, oder? Bin ich Klasse 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 Rzeń Klasse Aber du bist überlebt E oryi, vaif, irri, vaif E oryi, vaif! Das geht nicht Ja, wir kommen Irgendwas stehen wir gerade nicht Das steht gar nicht zum Someone get over here and help me! Help me! Wär, kann das vielleicht doch nur Medic? Nein, der Medic kann halt einfach nur HL-Ding setzen. Ah, vorbei! Schon schon war immer so komisch das Zeichen geworden. So... ...ein Pulsschlag, wenn einer gestört ist. Aber ich war doch kein Medic anziehen. Wie ist denn da? Wann ist einer wieder? Der ist so weit weg. Oh, die Sniper, die zwei. Ja, schon leider gibt es gerade keinen Sniper mehr. Ja, super, die hat der Sniper da auf der Reise. Da würde ich nicht mehr... Der Sniper gerade da. Ja, dann muss ich einfach hier rennen und sterben. Oh, links. Uäh. Au, aua. Ja, man, sie schiele. Drum, hä? Ich fahr weiter, wo ich mich hiebe. Ich bleibe ja nicht, beleibe ich mich nicht. Na, das geht ja nicht, okay. Das hat auch andere Farbe, als es... ...vorhin noch gecutt hat. Ja. Ach, man kann ja nicht nur seine Waffe auswählen. Man kann ganz links sein, Spezialist oder was auswählen, was auch immer das bedeutet. Da ist der Grappling-Hookmann, hat noch nie gecrabbelt. We are in control of Mr. Foxtrot. We are in control of Mr. Foxtrot. ... 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 In was bin ich da gespawnt? Was bin ich da drin? Alter das ist ein Gedunke! Dun 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 Ich bin nah drin denk ich Oh aber weit, aber näher gehts nicht Also Gute Position Ich konnte aber nix Oh ne! Kann man hauen? F Und Bennett auf Konsole Ich bekomme ein griechiger Battlefield von X Also auf die X-Box Warum? Ah ja, Game Boss Ich bin nicht, aber da ist die Vara gar mit 2-Strikt Oh ja Warum? Ich auch, aber warum? Ja Das ist genau der Ding Ich weiß nicht warum du lieber Aragamits wäre Spielwilch Ich weiß nicht warum du lieber Aragamits wäre Spielwilch Ja Also einer von der Hauptgrund ist Warum ich das ich nicht markiere kann Das regt mich auf Ja, aber das kann ich ja Du musst nur rausfinden die Ich kann die HELP ME DAMMIT! BOOM! 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 Hm, jajaja, ok... Die Alt-Frakan... ...bleh... Ja, aber die war ich die ganze Zeit! Ja! Die hat Heal at Range! Da hat irgendwas gestern... Revive at Full Health... Ja, jetzt ist das eigene, ich kann den nicht überleben! Ja, das hatt ich auch! Aber ich kann dich trotzdem nicht überleben! Wie? Oh, das war AI! Ich hab AI überlebt! Das ist ein Bot! Ja, da auch! Äh, mich angeklebt! Wie, wie kann ich denn denn beleben? Wie? Jetzt renn ich wieder rüber! Bleib denn! Ha! 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 Hallo! Ich bin gleich! Und hat... Ich merk schon, dir macht das Spiel sauber, ich hab Spaß gesicht! Ich glaub hier auch gar nichts mit dem Spiel! Doch! Aber, wieso macht mir das Spaß? Mir macht da gar nichts mehr Spaß! Gutes Spiel! Dann dir! Ja! 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 Aber ich sollte wissen, wann der das Geschäft was macht! Ich dachte, das wäre genau da drin! Weil ich nicht markieren kann! Tja! Weil ich nicht markieren kann! Weil ich nicht bads wie mal im Heli kann! Weil es ist einfach... Ich nehme mir dasselbe! Also vorhin hast du gesagt, jedes Battlefield ist gleich! Ja! Super! Man kann da einfach so... Fahrzeuge runter rufen! Das ist doch alles stark! Aber wir können ja nicht mittendrin raus jetzt! Ja! Aber nur weil dir so viel Spaß macht! Weil... An dem Stück geht es schon! An dem Stück los! Doch doch! Das geht! Kann nicht Sinn! Dass du dich lieber in Heli kriegst, als in dem! Heli ist ja geil! Nein! Entweder Spiders scheiße! Oder! Oder nur Heli! Ja! Oh! Das sind so viele! Ich kann sie nicht markieren! Ja! Das kann nicht Sinn! Du wirst nicht! Ich glaube, du kannst nicht verschlafen, wie sehr mich das nervt! Ich hab da aber auch aufgehört! Ich verstehe nicht, warum es dich nervt! Du kannst dir echt verschlafen, wie schlimm ich das finde! Das ist einfach... So mächtig! Du wirst damit markieren, Mensch! Dass die... ...Rode... ...Rolle... ...überm Kopfhörn! Das ist jetzt schon fair! Das ging ihm auch! Ich verstehe ja nicht, das ist jetzt gerade ein Auto mit vier Putz-Aupfer, die hab ich einfach gelatzt! Irgendwann der Putz-Aupfer... Hallo? Ja, hallo! Das ist halt immer so... und fliegen Jets rum und alles und ich weiß nicht wo man die hergerät das ist geil Boah! Oh! 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 Sonnt'e! Lass mich nicht zurück! Bene! Kann ich bleiben! Hilfe! Bene! Oh ne! Da bin ich ja sicher! Mit dem kann man... das Tatter-Ding ist... Aha! Wo bist du? Da! Mit kann man auf die Entfernung heilen! Das ist das Ding! Achso! Kann man nur... die Markierung bleibt wahrscheinlich nur wenn du treffst? Komm mal, ich markier mal einer! Da übersehen! Ja, da ist gar nichts... gar nichts markiert! Ja, auch nichts markiert, das sollte es nicht gehen! Das schießt von links, glaub ich... Oh ja, da links rennen ein paar... Aber ich kann sie nicht markieren... Pingt Danger! Guck, pingt ein Enemy Soldier! Da steht's sogar! Ich bitte jetzt! Was ist denn ich? Ich bin da hin... Der Hund, da schießt doch der Ellie! Au! Du Ebersand! Alter, was ist denn die Vareli? Da hast du uns, Bernard Oh, du Kamerin Aber wo geht's da hin? Bernard, da Ist da einfach vorbei? Oder warum ist denn das so dunkel? Kann ich wieder nicht beleben? Geht wieder nicht Geht nicht Hallo Leibst du wieder? Oh So arg So Wir kommen schnell in Aragami 2 Ist lang zu langsam Wir können nicht raus sitzen einfach Oh, da oben geht's ab Ich meine Ich meine Oh, jetzt sind die Aragami 2 Geht auch Was ist das, was die Weiß, du bist dort only a few sectors left before the russians have it all oh, bin ich jetzt auf dem haus? oder auf dem haus? ähm, der Raketewerfer, wo ich schon hab, tut er nicht locker war ich schon genommen? der ist nicht locker, oder? nicht locker genug guck, die kommen dauernd mit Helis ich weiss nicht, wo wir sie herkriegen ich will ihn nicht scheiß hene vielleicht das bringt mir auch nichts, weil ich denk, ich hab die falsche Raketewerfer da lockt nix da lockt einfach gar nix das ist aber... ist es... vielleicht denn da verponsor, nicht ver... verliegen? ja, naja, ja, ich glaub du Arschs du arschst du arschst, du fies, du fies, du fies ja, es gibt gar keine Helikopter immer wieder drauf, scheinbar die Kale abbrennen lassen wuuuuuuhh wuuuhhh Alter, das sind so viele Opos Playstationer das ist doch so, das ist Ross-Play einfach Playstation light bm zwar der panzer, wo kriege ich die panzer? du kannst schon B trinken, dann kommt er nicht au woa da unten sind sie? ich merke hier sie, es geht nicht oh Da scheinen Oh In was bin ich denn da drin jetzt? Keine Ahnung Man kann nichts machen, man sitzt einfach drinnen und wartet bis man tot ist Was ist das? Alter, wie schnell ist das? Das ist ein Jet Oder zu fünft in einem Jet drin Das ist so Bei einer trägt man F4 Wo fliegt er hin? Meine Route nicht Was ist denn das? Was für ein Apparat ist das? Das ist ein Heli Er hat keine Ahren Ja Gut ist der Rödel, das ist er auch noch mal Ja, hab ich gesagt, das ist ein Lefier drin Ach du ein Minigun oder was? Ich hab irgendwas anderes Gut so Tut 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 Scheiße, wie soll ich denn da was retten? Der ist gelandt Der wollte das mal ausstellen Was ist das? Wieder nie? Hat sich aber alle uns irgendwas verfolgt Gisby machte das Was machte das? Alter, wie es repariert sich gegen mir Da bist du rausgekehrt oder was? Hä? Bist du raus Ob ich raus bin? Ja Ne, du siehst doch rechts, was ich drin bin Ich hab dich gerade einfach gesehen Der war hinter mir geflogen Hä, warst du doch draus? Nee Da bist du ja nicht gestorben Doch Ja, doch Was ist denn mit dir? Man sieht doch rechts wie Hä? Ey, sofort wieder im Heli Jetzt hab ich eine Glückposition Einfach nur Scheiße, ich bin falsch gestorben mal unten Ja Bist du sowohl im Heli als auch nicht im Heli? Kann das Sinn? Ich bin gerade da im Heli drin Ja, weil da bist du noch mal woanders Wo bin ich denn? endlich das mensch mit endlich das hat doch spaß gemacht das ist doch dein lieblingsspiel das scheint dein lieblingsspiel zu sein was ist dein lieblingsspiel? du hast das vorabgestellt? du auch ja weil du das vorabgestellt hast du hast gesagt ich soll mir das vorabstellen? nein ich habe gesagt dass du es geschrieben hast das war eine Frau und ich wollte sie dann nicht machen und er hat dann einen Stuss gemacht und dann bist du brich nie ach ja ich bin jetzt auch gar nichts das ist Vielen Dank.